Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind hier gerade in unserem Leben dabei, dass sie kocht und sie platzt bald in Bindung mit Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das heißt, wir bekommen unser Baby und dann bekommt sie nächste Folge ihr Makeover und weil wir ja dann Folge 50 sind, nächste Folge, ziehen wir auch noch um in dieser Folge, beziehungsweise wir suchen uns das Grundstück aus. Wir werden halt unsere Sachen mitnehmen, weil das wird sonst ein bisschen zu teuer, glaube ich. Und ich kann dann ja immer noch ein bisschen rumprobieren, ein bisschen gucken, was will ich, was will ich nicht haben. Deswegen gucken wir mal, wie das halt wird. Ich bin so gespannt und ich freue mich so. Viel Spaß euch allen in der Schule. Wenn ihr auch noch alle krass arbeitet in der Schule, dann bin ich sehr, sehr stolz auf euch. Oh, die wehen. Und er hat noch Level 3 erreicht, cool. Dann fehlt nur noch Bewegung. Perfekt. Let's go. Bro, sie ist krank. Was ist mit ihr? Oh mein Gott, iiih. Geh bitte einfach jetzt krank raus. Bitte. Ich will mich auch nur anmelden. Oh mein Gott. Es sieht schon wieder diese Stiefel an. Oh mein Gott. Ich raste aus. Merlin ist Zweiergrundschule. Das ist supi. Ihr macht, ihr macht einen guten, ihr schlagt einen guten Weg ein. Lol. Ein Mädchen. Das wird das letzte Mädchen sein, was nach dem Alphabet geht. Und danach mache ich einfach irgendwelche random Namen. Deswegen, ähm, Namen mit Z. Zoe ist doch ein schöner Name. Und jetzt haben wir 40 Geburtsurkunden. Das heißt, wir haben 40 Kinder. OMG. Oh, ich freue mich so auf ihr Make-up und ich freue mich so, ihr Haus zu bauen. Und ich freue mich auf alles eigentlich. Oh mein Gott. Der stand, glaube ich, noch nie da. Ich war gerade ein bisschen verwirrt in meinem Leben. Okay, er schafft seine Fähigkeiten nicht mehr ganz. Aber naja, das kriegen wir ja schon hin. Dann morgen halt, ne. Warum. Warum ist sie hysterisch? Das ist nicht so gut. Ich habe ein bisschen Angst. Ne, sie muss mal ganz kurz runterkommen. Das geht gar nicht. Ich habe Angst, dass sie stirbt. Und das wäre ein bisschen kritisch. Wir brauchen unsere Muddy noch. Noah ist Level 3. Perfekt. Aber wir haben keinen Kuchen mehr. Gut, dann müssen wir erst mal einen machen. Der Kuchen sieht aber schön aus. Wow. Nimmt man auf jeden Fall, oder? So Noah. Du bist bereit, in deinem Leben voranzuschreiten. Alles Gute zum Geburtstag. Er ist fröhlich. Oh. Und sozial. Okay. Dann begeben wir uns in den Kreative Sim. Obwohl, Moment. Die Kinder kommen gleich nach Hause. Wenn jetzt irgendwer einsatzschriller wird, dann können wir die alle zusammen altern. Also lassen. Und dann zusammen in den Kreative Sim packen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Genau das. Nein, es kommt keiner vorbei. Juli ist zweier. Wanda ist einser. Xenia ist einser. Und Viola ist auch einser. Guck. Okay, die kommen, glaube ich, nicht in den Kreative Sim. Weil die sind ja, glaube ich, alle schon Teenies. Aber trotzdem wollte ich jetzt warten. So, du bist einser. Das sind übrigens deine Hausaufgaben gewesen. Das nimm sie dir zurück. Und dann probieren wir die Glasur. Yay. Ja, mach halt. Oh mein Gott. So, danke. Du bist ein Vieh, Fraß. Dann geht's weiter. Komm ran. Sie ist paranoid. Kennt man. Dann kommt das Dämonenkinder in der Reihe. Damit das auch eigentlich mal weg ist in unserem Leben. Dir wünsche ich aber nicht alles Gute. Materialistisch. Ja, klar. Gut, dann weg mit euch allen. Sie stirbt. Also, ich will nichts sagen, aber... Ich hab's schon irgendwie kaum gesehen, weil ich hab nur gesehen, dass sie aufgebracht ist und war so... Hm, Moment mal. Na, egal. Das Dämonenkind wird als Erwachsener direkt mitgenommen in unser Leben. Ich mein, äh... Man kennt's. Keine Ahnung, das Dämonenkind ist wahrscheinlich irgendwie der neue Sinsmann oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Wie viele Kinder sind schon gestorben? Ist, glaub ich, das vierte jetzt, ne? Cool. Wir lieben es. Wir machen ihn halt. Dann sind aber alle wieder so traurig. Das ist voll scheiße. So, und sie kommt raus. Keiner will sie. Tada. Ii. Warum ist das kaputt? Das ergibt gar keinen Sinn. Ihr müsst trotzdem eure Hausaufgaben machen. I'm sorry. Und wir gehen jetzt in Creditsil mit dir. Die Kamera ist eben einfach ausgegangen. Ich hoffe, dass die Aufnahme noch heile ist. Weil immer, wenn die bisher ausgegangen ist, dann war irgendwie alles komplett tot. Deswegen war das jetzt ziemlich doof. Können wir darüber reden? Deswegen, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass das noch funktioniert. Uff. Uff, uff, uff. Sinsmann so, ich hab Bock, euch mit euch so unterhalten. Ihr könntet die Nächsten sein. Lol. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Same, Sinsmann. Same. Das hab ich vorausgesehen. Ich schreie. Kann ich mal E-Medizin kaufen für sie? Ey, wieso wurde das kaputt gemacht? Neues Kind zeugen natürlich erst im neuen Haus, ne? Kennt man ja. Wieso hat sie jetzt schwarze Haare? Ey. I feel attacked. Gut, dann ist das doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um umzuziehen. Okay, warte, Moment. Hier war das, glaube ich. Ähm. Nein, war es nicht. Haushalt verlassen und umziehen? Hä? Haushalt umziehen lassen. Okay. Hä? Was ist denn da unten? Hä? Ich bin verwirrt. Ich möchte nach Willow Creek ziehen. Und dann gehen wir hier hin. Wir wollen unsere Möbel behalten. Als ob wir 100.000 haben. Also wird das quasi, der Rest da, wird der verkauft, der da noch war? Das ist schon heftig, finde ich. Ich meine, 100.000? What? Hä? Äh, wo kommt das her? Wieso haben wir 100.000? Unser Baby so. Hi. Ich liege hier so rum. Und. Ja. Das ist, denke ich, ein guter Moment, um zu sagen, was hier jetzt passiert. Denn, wir werden jetzt, also ich werde jetzt bis Mittwoch, werde ich ein Haus bauen. Mit halt den ganzen Gegenständen, die wir noch besitzen. Und, ja, das kommt dann als Speedbild am Mittwoch halt. Und, ähm, ich habe ja eigentlich geplant, dass da dieses andere Speedbild kommt, aber da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das, dass das jetzt jetzt ja die Woche für die 50. Folge ist. Deswegen machen wir das Speedbild einfach die Woche danach. Genau. Montag kommt, dann wahrscheinlich wieder an die Uni. Also ich kriege es voraussichtlich hin. Außer Animal Crossing nimmt mich so komplett ein und ich habe keine Zeit mehr für irgendwas im Leben. Was auch gut sein kann. Und, äh, ja. Deswegen, ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Ich, äh, mein, mein Channel ist jetzt ein Bildschirm. Weil ich bekomme nur Speedbild zur Zeit. Aber eigentlich ist es cool. Weil ich baue mehr, deswegen habe ich mehr Erfahrung, mehr Übung. Und gleichzeitig ist es relativ einfach als Video, weil ich baue ja auch privat dann ja auch so, ne. Und ich meine, ich mache ja Fortschritte. Und letztendlich muss ich nur ein Voice-Over drüber machen. Das nimmt mir ein bisschen Arbeit weg, weil ich habe, durch dieses Corona-Ding, habe ich sehr viele Sachen, äh, nur noch für Schule zu tun und so. So, deswegen, ja. Aber wir kriegen da schon alles hin. Deswegen, ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss!